So, Hallöchen liebe Leute, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du über Cheetah Bilder hochlädst. Das ist alles total easy, aber man muss es halt wissen, wie es geht. Also wir gehen hier in den Cheetah Bilder, wir klicken hier drauf, dann kommen wir auf diese Seite oder besser gesagt hierher. In den Überblick, dann gehen wir mal, ich habe schon eine Seite vorbereitet, die wir dann benutzen. Ich klicke hier drauf, dann kommen wir quasi hierher auf die leere Seite. Dann gehen wir jetzt mal auf Neu und gehen in Elemente und dann gehen wir mal einen Text ein, ja, zum Beispiel eine Überschrift, ja. Dann haben wir hier eine Überschrift drin. Ach so, Halt, habe was falsch gemacht. Ich muss erstmal einen Banner hinzufügen, das ist ein Fehler, der auch mir noch passiert. Also jetzt habe ich erstmal einen Banner hinzugefügt und wenn dir der Hintergrund grau gefällt, dann lässt du ihn. Wenn nicht, klickst du hier drauf und veränderst die Farbe und der Hintergrund. Du siehst, hier ist grau eingestellt und dann kannst du hier draufklicken und dann eben zum Beispiel weiß einstellen oder hier rumfahren und eben die Farbe raussuchen, die dir gefällt. Oder grün oder so, ja, also du kannst alle möglichen Farben hier einstellen. Ich nehme jetzt mal einfach mal weiß, ja. Hier haben wir eine Textbox, da kann man jetzt einen Text einfügen, was du halt möchtest. Ja, zum Beispiel Testseite, ja, Seite. Und jetzt fügen wir mal ein Bild hinzu, um das geht es ja. Und dann gehen wir wieder hier auf Neu, auf Elemente und dann scrollen wir so ein bisschen runter und irgendwann kommt dann ein Bild. Wir haben ja auch schöne Galerien, das ist auch toll. Und hier haben wir mal ein Bild. Und wir haben hier eine Auswahl zwischen einem 3D-Bild. Das ziehe ich jetzt auch mal rüber, dass du den Unterschied siehst. Da gehen wir mal, das tun wir mal hierher nehmen. Und daneben dran nehmen wir jetzt noch ein anderes Bild. Und zwar nehmen wir mal ein, wir haben ein horizontales Bild. Also liegend, vertikal, stehend. Und wir haben auch ein Bild, wo ein bisschen ein Schatten schon außenrum gemacht worden ist. Den kann man natürlich auch nachträglich überall einbauen. Ich nehme jetzt mal einfach das horizontale Bild. So, wenn du jetzt hier Bilder einfügen möchtest, das ist total easy. Du gehst jetzt einfach hier drauf auf Klick. Und dann auf Allgemeine Einstellungen und dann auf Bild ändern. Und dann habe ich hier zum Beispiel schon eine Riesenauswahl an Bildern. Da kann ich jetzt eins auswählen. Das mache ich aber jetzt nicht. Könnte ich natürlich, ich kann irgendein Bild anklicken. Ja, das ist gar kein Thema. Dann wird das eingefügt. Aber ich wollte dir gleich noch zeigen, wir haben hier auch innerhalb von Bilderall ganz viele Bilder schon drin. zu verschiedenen Themen. Oder wir haben auch Icons drin. Also Pfeile, Banner zum Beispiel, Bars. Also wir haben ganz viele verschiedene Sachen hier drin, ja. Die man hier nutzen kann, ja. Oder auch Buttons, ja. Verschiedene Buttons und auch verschiedene GIFs. Okay, ich füge jetzt mal ein GIF hinzu. Das finde ich irgendwie lustig. Und die haben da eine richtig schöne Auswahl drin. Und da klickst du einfach auf den Bildschirm zum Beispiel. Oder auf die Rakete hier. Oder was auch immer du willst. Und schon ist hier dieses Computerbild hier drin, ja. Und es bewegt sich dann. Und es ist richtig nett. Und jetzt machen wir hier noch ein 3D-Bild rein. Und dann siehst du, wie einfach das ist. Wieder auf allgemeine Einstellungen, auf Bild ändern. Und dann gehen wir mal auf Images. Und dann suchen wir uns hier mal ein Bild raus. Zum Beispiel zum Thema Sport, ja. Und dann gehen wir zum Beispiel mal hier her. Das gefällt mir jetzt ganz gut. Speichern. Und dann haben wir hier das Bild drin. Und hier kannst du es dann großziehen und kleinziehen. Wie du möchtest da hinsetzen. Wo du es eben möchtest, ja. Und dann haben wir jetzt hier dieses Bild. Und hier dieses Bild, ja. Natürlich habe ich da gezeigt, wo du den Hintergrund ändern kannst. Hier machst du eine Überschrift. Und dann kannst du drunter noch irgendwie einen Text setzen. Ist eigentlich auch ganz easy, ja. Hier ein Text. Und hier ein Text. Und schon hast du was gemacht auf dieser Seite. Ja, das Video soll nicht länger gehen. Weil das sollte ja jetzt nur zu dienen, dass du siehst, wie wir hier Bilder einfügen. Ich gehe jetzt mal auf Speichern. Und dann gehen wir mal in die Vorschau, nachdem ich gespeichert habe. Beziehungsweise rufen wir die Seite auf, ja. Und dann schauen wir mal, was ist da passiert. So wird jetzt die Webseite aussehen. Ja, hier oben Überschrift. Und guck mal, das ist das 3D-Bild. Wenn du da drüber fährst, dann macht das so einen Effekt, ja. Irgendwie, das ist das Coole. Und hier haben wir halt das bewegte Bild jetzt drin. Und hier unten eine Überschrift und da noch eine Schrift. Irgendwas drin, ja. Und so einfach kannst du Bilder einfügen. Zum Beispiel in diesem 3D-Effekt. Oder eben ganz normal solche bewegte Bilder, die da schon in der Vorlage drin sind. Oder du kannst natürlich jedwedes Bild nehmen, welches dir gefällt. Du sagst jetzt, ich möchte das ändern. Gehst du wieder auf den Stift, auf allgemeine Einstellungen, Bild ändern. Und jetzt nimmst du mal irgendein anderes Bild. Wir nehmen mal den VW-Bus zum Beispiel. Und schon haben wir jetzt hier den VW-Bus drin. Ja. Und so einfach geht es. Dann kannst du natürlich noch hergehen und noch animieren zum Beispiel. Du möchtest jetzt den VW-Bus animieren. Zum Schluss noch kurz ein, finde ich, spaßiges Tool. Zum Beispiel nach Zeit, wenn sichtbar, bei Klick, bei Hover. Dann gehen wir mal auf bei Klick. Und dann machen wir mal hier Shake. Ne, wir machen jetzt. Ja, genau, wir machen jetzt Shake. Und jetzt wäre es das zum Beispiel so, wenn ich diese Seite jetzt wieder aufrufe. Dann kannst du hergehen. Die rufen wir jetzt wieder auf. Und jetzt hat. Guck, wenn ich jetzt draufklicke, dann bewegt sich der VW-Bus. Also du kannst dir ganz viele Animationseffekte einfügen. Und eben, ja, du musst ein bisschen rumspielen. Ich finde, das macht riesen Spaß, sich eine Seite zu bauen, die dann hinterher aussieht, wo du dann richtig zufrieden bist, wenn dann alles funktioniert und sie optisch nach deinem Geschmack ist und vom Text natürlich und so weiter. Und vor allem, wenn dann drüber hinterher dann auch neue Kunden kommen, ja. Ja, genau. Ja, das war es zu dem. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte hinterlass gerne einen Kommentar. Auch mit Wünschen, was du gerne noch hättest. Zu welchem Thema du gerne zum Beispiel ein Video hättest. Und like auch dieses Video und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du es dann getan hast, das Abonnieren, dann klicke auch gleich noch auf die Glocke, die dann da erscheint. Und dann bekommst du nämlich immer Bescheid, wenn es ein neues Video von mir gibt. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.